Was guckt dieser Omega mich an, er sieht... Digga, was? Das ist jetzt... Das ist jetzt aber... Also, das ist jetzt aber... Der holt da rum. Ja. Ja. Ja, einer wäre... Ja. Ja, danke, dass du mich machst. Danke. Es gibt mich nicht mal mit dem Main-Account. Also, es ist schon mit dem Main-Account. Zweiter Grund. Jetzt kann ich einfach nicht vollbildern machen, dass ich Chat sehe. Perfekt. Bestes Handy. Ich habe eine, glaube ich, zu viele Geräte liegen, eher zu viele Handys. Und das ist mein Stream nicht in 1080p. Willst du mich verarschen? Ah, doch. Äh, warte mal. Ich muss nicht mal einfach wegen beschreiben, dass ich live bin, damit ich Kanalpunkte sammeln kann. Ich habe keinen Bock mehr zu schreiben. Ja, die kriegt er auch bei... ...deiner... ...alle drei. Ja, dass man die... Ja, guck mal. Siehst du, welches Blitzlevel die sind? Also, wie hoch? Ach, was. Das ist nichts Neues noch in der Welt. Wirklich nicht? Na, perfekt. Warum? Warum? Überhaupt so. Ja. Alles klar. Da bedankt sich einer für den Stream. Okay. Hat auch noch kein Mensch getan. Alter, mein Handy ist so weird. Es zeigt mir einfach lokal die Uhrzeit an und in Berlin. Bro, lokal und in Berlin. Was, Bro? Du bist einer. Du bist nicht zwei Menschen, bist einer. Was, Bro? Ach so, nur so... Falls du unnöt... Was? Die Flagge. Also... Also, falls du unnötige Kanalpunkte brauchst, ich bin live. Alter, jetzt kommt mein Handy und kriegt eine Nachricht. Ich wurde... Hat dich eingeladen, in der Kurve beizutreten. Auf dem Account ist nicht immer mein Main-Account angemeldet. Alter, ich komme nicht auf der... Mach halt Solo-MSK. Nee, Spaß. Stabil, ich habe über 117.000 oder so auf meinem Online-Account. Aber niemand hat gefragt. Perfekt. Ist ja gut, wenn wir uns hier stehen. Eigentlich alles, eigentlich müsstest du alles kaufen, was im Shop ist. Nein. Eigentlich müsste er alles kaufen. Also, er könnte Gold farmen bei mir, sowas nicht. Dann würde er, könnte er sich den ganzen wöchentlichen nächste Woche kaufen. Aber dafür müsste er eine Ausdauer reingehen, das bringt ihm nichts, weil er nicht spielen kann. Ja, du redest so, als wärst du der Vollprofi. Okay. Ja, hast recht. Alter, bist du schwerhörig? Ich bin live für jetzt keinen Kanal, Punkte nehmen uns noch nicht wahrscheinlich. Jetzt gehöre ich jetzt zwei Zuschauer. Der eine bin ich, der andere ist der andere. Perfekt. Oh, jetzt glaube ich lebt einer am Boden. Eißiger Skin. Wieder benebe ich nicht. Eißiger Skin. Oh, da kommt noch ein Fettsack. Der ist 139. Ja, okay. Ich geh. Ich bin am Boden. Perfekt. Ich will doch noch mal in der Rettete-Welt-Stats anschauen. Den hat, also weiß ich jetzt nicht. Ich hab einen 144er sogar. Ich hab sogar einen 144er. Hat aber auch niemand gefragt. Schwach, ich hab nur 118.000 Gold. Da kann man immer gucken, dass wir in der Mission machen, wo Wasser oder Feuerwellen sind. Danach. Es sei denn, es gibt keine. Ja, ist halt so. Ich hab irgendwie gefühlt noch nichts anderes gesehen heute. Bin ich eigentlich der einzigste, dass ich diesen blauen, grünen Scheiß im Shop nicht kauft. Alles gleich, ich hab laut meinem Anload fortnet.db angeblich 24 Helden-Recruit-Tickets, das würde ich wissen. So, wir haben es geschafft, ohne dass ich den Schaden genommen habe. Wie gut kann die Mission laufen? Ja. Ähm. 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 Ach, lol, da läuft ein Livestream einfach auf dem Gutes-Kurz-Server. Lol. Kann ich einfach sehen. Kann ich nicht, weil ich auf Xbox drin bin. Ähm. 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 Warum besiehst du das jetzt schon? Ach so. Weißen die Missions-Stats? Äh, ich hab voll wenig Schaden gemacht. Plus 4000. Digga. Warte mal, warte mal, ich müsste eigentlich genauso schnell sein. Kann ja gar nicht wahr sein. Ah ne, halt mal, das ist nur ein Xbox. Ja. Ja, ist wahrscheinlich, ich habe ja nur ein Xbox. Nur. Wegen der man gehatet wird, ich weiß nicht wieso. Ja, geil. Ich hätte mir für den Preis auch eine Nintendo Switch holen können, aber dann wäre ich äh, jahre, jahre weit entfernt gewesen davon, von der Leistung. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Brauche ich nicht. Braucht keine Mensch. Ich habe zwar vier Stück davon aussehen, ausgegeben, aber braucht man nicht auch nicht. Let's go 500 Gold. Oh, jetzt müssen wir Storm Fight Category 2, äh, drei spielen in einer 94er. So, äh, ja. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch lange nicht. Das müssen wir machen. Unbedingt. Dann haben wir da die Hundewörter-Mission. Da, wo's geht. Ja, dann lass das machen, hey, mehr XP. Da, wo's geht, ist dauerleer. Der Handy ist dauerleer. Ja, da können wir ja mal reinjoinen. Ja, da können wir ja mal reinjoinen. Der 14 Uhr schlafen gehen, äh, aufwachen. Äh, schlafen gehen vor allem. Hä? Warum random ist das bitte? Da muss halt, da hat er halt nicht mal Vorteile. Außer man. So. Geht, der Save nicht. Es sind schon wieder Naturhüllen. Ich könnte ausrasten. Irgendjemand hat verlassen. Perfekt. Wollen sie ein netter Zuschauer sein? Nee, egal. Selbst schaust du und suche mich, ich seh's einfach nicht. Naja, würde ich auch behaupten. Ich könnte nachschauen. Irgendwo bei mir ist ein Automat und ich finde den nicht perfekt. Äh, nur Natur willen, es kann ja nicht wahr sein. Ich hab' den Automaten gefunden und es ist nur sch... drin. Der, ich bin stuck. Sag' ich doch. Ein Night Fox-Show zu. Das war's. Perfekt. Ach so, wirklich? Kannst du nicht. Alter, er weiß einfach, was für Waffen gut sind. Perfekt. Nur Schmarrn. Ich glaub' da will kein Mensch rein schäuen. Oh, jetzt komm' ne Truhe. Wenn einer oder zwei in der Luft sind, was so unwahrscheinlich ist, dass zwei aber in einer der Luft ist. Ach so, perfekt. Ey, ich seh' nur zwei. Boah, Alter. Oh, ey, der dritte ist ja Marsch der Welt. Sagte er. Ist mir so hässlich, dass kein Random rein schäuen will. Oh, ich hab' irgendeinen Bogen. Ist mir egal, ist ein 118er. Näm' ich. Näh. Aber ist ein 118er. Näm' ich trotzdem. Das weiß kein Mensch. Eigentlich nicht. Ach, Digga, es sind alle drei Schmarrn. Um zwei. Ah. Ah. Nee, ich hab' keine. Bist du dich für Spawn Opfern gefallen? Wie ist das? Für Spawn Opfern. Also, ich seh' hier, was will ich bauen? Ich kann nicht mal Farmen. Wie sehe ich denn aus? Ich glaub' Randoms. Warum suchst du'n Automat? Da könnte es sich den Xenon bogen und denkt nicht an mich. Der braucht Feuer und Wasser hüllen. Kann das so schwer sein? Ich hab' einen Giant-Randum eingesammelt von einem Vogel. Wir brauchen eine Muschel. Wir finden sie nicht. Auch ein Giant Columns. Ich glaub' der Low Xenon bogen macht genug Schaden. Ich glaub' hier will kein Mensch rein-join. Eigentlich nicht. Doch. Ist voll chillig. Ich hab' schon einen, da waren zwei Stücke drin. In der Luft. Da hast' ich gar keine Probleme mit. Let's go. Jetzt dürfen wir die Mission bloß nicht verkacken. Wenn ich nicht irgendein Zuschauer, der auf derselben Zone ist. Will sich jemand anbieten? Auf derselben Zone? Hallo? Ja. Rein theoretisch. Also, rein theoretisch kann ich mit einem anderen Account nicht mal rein-joinen. Das wäre so rein theoretisch oder so. Kann wirklich nicht. Kann ich mal auf random rein-joinen. Weil ich nur 100 Amstion angezeigt bekomme. Ich hab' einen 118er Bogen. Der schmeckt. Er macht aber genug Schaden. Ja, da macht er da noch ein paar Ziele noch ein paar. Ich hab' einen 2-Join-Join-Join. Nein, perfekt. Das hast du mittlerweile verstanden. Doch, es gibt eine Möglichkeit, aber nur aus Automaten, glaube ich. Nee, du kannst trocken. Ich weiß, wie es geht. Du brauchst ein volles Inventar an einem Automaten und so musst du dir eine Waffe kaufen, dann droppt irgendeine Waffe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht aufgepasst, wie der Typ das gemacht hat. Das hat auf jeden Fall einen Defender noch. Und irgendwie kann. Scheißaufbau ein. Alleine Regeln. Also unten wieder keine Sau spawnen. Da müssen wir was so zubauen, dass der untere nicht gesch... Also wir müssen einfach nur das hier komplett zubauen, dass hier unten nichts reinfallen kann. Aber... Sehe ich noch aus. Äh... Willst du uns den freiwillig oben zubauen komplett? Jetzt will ich das Ding freiwillig zubauen von oben. Ja, der muss wieder tausend Jahre fahren. Ich bau das Ding neu im Metall zu. Wie sehe ich ihn aus? So, jetzt hier eine Base-D-Farm-Sitz. Das ist Half-Core. Du kannst aber... Ja, du kannst das aber schneller... Schneller fahren, man, als ich. Viel schneller. Also... ... ... ... ... ... Perfektes Ding ist komplett zugebaut, ah ne, hier ist auch noch ein Zuweg, Zuweg vorhin. So, das ist nichts zu. Die Truhe ist doch Safe Sauce, nö, ne ist sie nicht, haben nur Scheiße rausgekommen. Hä, was bist du, Aram Wildschwein? Und dazu, Bonsoir. Hä, hier auch noch drüber, er kann auch noch, wenn die unten spawnen, dann ist es einfach, wenn die oben und unten spawnen, dann mehr Problem. Wenn das, also wenn das in 24, 24, 7 von 24, 7 spawnen, dann haben wir echte Probleme. Stein. Ja, aber du hast immer auch Konzept, äh, Konstrukteur, das andere Ding, ganz schnell erfahren als ich. Loot-Drop hast du immer nicht ausgerüstet und vorne, weil Drohne wichtiger. Ja, es will nur noch fallen, oder? Von denen ich auch nichts platzieren kann. Äh, ich hab Schmutzfallen, die sind nicht mal richtig gepirkt. Digga, was? Ja, der ist, also Bro, also Farmen, weiß ich jetzt nicht. Na ja, denkt der einfach, ich kann, ah, perfekt, ich kann 130er Breitseite herstellen. Ja, Bro, die ist, die macht 9.000 Schaden. Ich hab die nicht mal legendär gepirkt, das ist nicht mal richtig. Also wir müssen hoffen, dass sie halt irgendwo spawnen am besten. Ja, die Frage ist, wo spawnen die? Ja, warte, ist wieder angezeigt. Norden und Süden. Perfekt. Ja, die spawnen Norden und Süden. Auf einer geraden Fläche und dann auf einer ekelhaften Fläche. Ja, und hier. Ja, warte, hier platzieren wir einfach hin, dass die die ganze Zeit zurückgeschleudert werden, obwohl das bei mir, naja, bei mir nimmt das mehr Schaden auf dem Count als auf dem anderen, aber naja. Ach, die werden unten reinkommen, Scheiße. Weil die den einen Weg nach unten machen die kaputt. Ich kann zu rein, wenn ich diese einen Fallen herstellen, äh, wie heißen die? Nost. Ja, diese Katapultdinger, ich würde da gerne. Ja. Ja, perfekt. Ja, solange es auf 130 ist, ist mir so egal. Ja, besser als ich. Perfekt, ich kann wegen diesem Scheiß-Radar-Turm hier nicht platzieren. Warum ist mein Mod beigetreten? Warum, Bro, was suchst du hier? Ach, der, 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 warum bist du wach als du in die Schule? Ich hab Slash-Unmod übrigens gemacht, weil du nie inaktiv bist. Ist er weg? Also, du bist auf jeden Fall kein Mod mehr, das hast du dir... Ne, das ist eigentlich nicht mehr Spaß. Mhm. Der hält deine Schnauze. Geläuft deine Rettete-Welt-Sucht. Ja. Ich glaub, du warst seitdem... Perfekt. Ey, wieso hast du überhaupt gesehen, dass jemand in Twitch-Talk drunter sitzt? Wie? Ja, weil... Ah, wir sind Freunde, wusste ich gar nicht. Der, du bist dauerhaft unsichtbar. Ich seh nie, wenn du online bist. Du kannst auch einfach... Der, du kannst auch einfach do not disturb reinmachen, dann sieht man... Da kriegst du... Ah, du hast auch unsichtbar, dass du... Ah, du bist nicht eingeladen, dass du im Freund. Was wie... Was wieso? Also, ich hab eine Nachricht, du bist wieder Slash-Mod. Ich werde ange... Ah, chill, chill kurz, wie du siehst. Ich werde grad gelasert. Von nem Laser. Hallo, können sie... Ja, komm, komm, wir spielen privat, komm doch rein. Ist nur 94er-Zone. Wer... Wer ist... Er ist ein Twitch zu... Er ist ein aktiver Twitch-Zuschauer. Ja, du hast nicht mal 100.000 Kanal... Du hast nicht mal 100 Kanal-Punkte. Woher? Du bist nie am Lör... Nie. Weil ich dir nie Bescheid sage. Ja, Junge, ich sag dir nicht Bescheid, weil siehst du eh nicht. Deswegen hab ich dein... Ich hab dir übrigens 11.000 Nachrichten bei uns gelöscht. Das heißt, ich hab den ganzen Chat gelöscht im WhatsApp. Ja, es waren nur 11.000 Nachrichten. Ey, wein nicht, du hast die Nachrichten noch. Ja, Digga, ich hab geguckt. Das waren unnötige Bilder und so. Fast alle Speicherplatz. Ähm... Auf was sind deine Wandkatapulte? Auf wieviel? Kannst du die auf 106 herstellen? Ja, kannst du die hier... Letztendlich kann ich keine. Also ich kann schon ein bisschen auf 77. Ja, hier... Ja, dass wir hoffen, dass die einfach weggeschleudert werden. Dass die safe nicht werden. Also hier unten. Also hier unten. Hä? Digga, was ist das jetzt schon wieder? Ey, ich schau so... Ich schau einfach so einen Twitch zu. Ich scream mal zu. Der hat heute ein fettes Announcement gemacht. Und ich wusste ja letzte Woche schon, dass es Merch sein wird. Weil sonst... Weil was sonst? Warum Nachos? Bro, ich hab den hier. Hast du den auch? Ah, perfekt. Hast du gestartet? Boah. Bro, den kannst du gar nicht haben, den Emote. Das Hype... Das Hype Train, das Hype Train. Ne, ne, das... Ich war bei einem Streamer, der hat Hype Train, weil ich da... Ich hab da irgendwie einen Sub verschenkt. Ich wusste bis heute nicht, dass ich den habe. Also klar, du könntest dir einem endlich einen Sub gönnen. Bei mir. Sogar randoms. Ja. Ich versuche. Ich geb mein Bestes. Da ist nicht mal Wandkatapult. Chill ich. Ah, ne. Ne, auf der einen nicht. Bei der einen nicht. Ach, die laufen da an der Seite hoch. Perfekt. Aber immerhin weniger als auf der kompletten Länge. Ey, ich bin so tot. Digga. Du in dein scheiß Dodgen. Komm rein. Und spiel mit uns wie ein normaler Mensch. Ey, du bist nicht mal... Ey, du bist nicht mal... Du bist nicht mal One-Hit. Du bist half... Äh, half... 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 Ich hätte hier was upgraden können. Das... Kannst du oben mal zubauen. Ey, der eine Atlas wird... Der eine Atlas... Der eine Atlas war's. Der eine Atlas war's. Der eine Schaden. Der eine Schaden. Der eine Schaden. Er nimmt Schaden. Wenn ich mich jetzt nicht wiederbelebe... Er nimmt keinen Schaden. Perfekt. Oh! Oh! Noch 6 Minuten. Oh! Zwei haben Schaden genommen. Das ist so ne Verschwendung. Weil kein Mensch gejoint ist. Dieser Laserspatten geht mir... Cent auf die Nerven. Oh! Oh! Bro! Ich hab's nicht so mit STRG. Er dodgen ist doch ducken, du... Was? Bro, ich muss auch aimen. Ich muss auch aimen. Ja, das war's, Bro. Das war's. Ja, der kommt Schmutz. Direkt teammate reporten. Ne, halt, ich bin zu zweit, weil keiner gejoint ist. Ey, wir haben auf Schaden zu nehmen, Bro. Obwohl, wir könnten's schaffen, rein theoretisch. Egal, wo nimmt der Schaden? Lass mal aufhören zu zocken. Nein, du meinst dich umschaust. Okay. Hast du eigentlich keine Freunde? Sonst bist du immer mit anderen... ...Torten. Ach so, und dann hast du so gesehen. Ah, der Typ ist online. Aber hauptsache keine Live-Benachrichtigungen bekommen. Digga, welche reportest du gerade und wegen was? falls du rocket league spiel zum nächsten ford mit paket ist einfach rocket pass kostenlos dabei ich glaube ich muss wieder rocket league anfangen ohne da oben ist offen perfekt noch drei minuten wir könnten das karen vor allem schaffen von mir dachte der unten wird nicht angegriffen perfekt erst da mit dem meisten schaden ja drei minuten halt und ich bin schon wieder tot alle in dieser truhe muss der xenon bogen drin sein gönnen es juckt halt nicht wenn du report das ist nicht ich habe noch nie noch nie bekommen original noch nie woche menschen auf das der auf das übelste beleidigt haben ja epic games schläft habe ich das gefühl trotzdem wollen alle immer mich reporten wegen meinem level ja bro sorry wenn ihr er ist halt so wenn ihr halt alles es ist nicht alle dog shit deswegen welchen jetzt schaden c der hat zwei minuten kommen gönn doch spiel bekämpfen aufs letzte bekämpfen wir kämpfen aufs letzte leben am limit habe ich gehört ohne welche treppe richtig herum platziert hätte ja was mich die treppe doch richtig platzieren ach der jetzt endlich und wo ach so ja ich habe nur gehalten wenn du jetzt weiter hält also ach du bist genau da er kommen müssen 46 sekunden noch durchhalten c ist gerade das einzigste problem ja aber aber könnte das problem werden ja sagen okay hier ist auch alles zu passt ich platziere eine drohne geht zu dir ist es zu nein also erst zwei sekunden das ist eine sekunde ja wir haben es geschafft gerade so zwei missionen gemacht ja das war kein mensch weiß wie wir es geschafft haben aber wir haben es geschafft der typ spielt der typ spielt league of legends gerade der typ spielt league of legends gerade auf sowas dann der wird einfach weg oh bro ey das war doch nicht so gemeint ey ey der arme ey der arme ja doch wenn zwei oder einer der luft ist dann ist mir egal ich glaube das jetzt komplett weg man er ist halt wirklich als mpc hat komplett heruntergefahren so leidigst du ihn so weg von der seite er hat doch gar nichts getan also komplett eine gruppenmission in der 108er zone kann ich mit leben wenn das team da wäre auch was also wenn es eine gruppenmission ist und wir sie irgendwie mates bekommen das ist 100 100 8er durch die mission also nicht durchgelesen sind wir noch doch wir müssen level 39 werden für 124 zone ich bin unterfang level 35 noch vier level und wir kommen die nächste zone ja ich wahrscheinlich auch ich sehe es ja nicht ich sehe nur online was ich habe dieser katzen musik ganze hintergrund weiß ich jetzt nicht es ist so angenehm mit dem typen der arme warum hast du ihn so weggeleitet er hat dir nichts getan junger der arme hat gar nichts getan kann jemand dazu joinen vielleicht ja offensichtlich offensichtlich also wir fahren beide auf 5000 steinen voll und dann wenn da niemand dazu gejoint ist so ein guter vertrag ja do you use den ich hab den vor max noch gar nicht geused auf meinem anderen account deswegen hab ich bloß den sprung auf 134 gemacht ich use die erst am bitteren ende wenn ich max bin ich brauche alle automaten alle automaten einmal abchecken für mich ich hab das zum kommentieren der darm ist wirklich komplett gegangen er schaut nur hoch lurken das ist mein stream ich glaube er wird nie wieder rein joinen wegen dir höchstwahrscheinlich mann der arme er hat wirklich seinen kompletten pc ausgemacht vielleicht lag es auch nicht an dir ich weiß nicht vielleicht lag es auch an league of legends kann auch sein er hätte ja weiterspielen können ich glaube es lag an league of legends ich bin mir nicht ganz sicher gerade ne 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 er spielt er hat league of legends gespielt er hat sich seinen pc ausgemacht komplett offline ist nicht mal im launcher online und wann müsste er dann im launcher online sein ja deswegen glaube ich das war er wegen league of legends irgendwas und deine beleidigung hat den entstoß gegeben oder oder er kommt wieder online nein oder nein er stand gerade seit sechs wochen offline ich glaube nicht dass mein mate war aber obwohl nein schmutzwaffen ja da fahren wir hoch auf 5000 steine ein einer muss dort rein das kann ja nicht wahr sein vor allem wir sind gerade stuck wir kommen nicht weiter mit den missionen weil wir keine feuer und keine wasserhöhlen bekommen obwohl drohen looten ist mir nicht so egal ja dann spiele ich halt aktiv 140er zone ein bisschen irgendwann werde ich die ja voll bekommen wenn ich suchen will nach den drohen und ich suche nicht nach denen ich habe mir heute so gut fortschritt gemacht glaube ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht mit welchem level ich gestartet bin dann weiß ich mit was ich gestartet bin dann weiß ich mit was ich gestartet bin ja keine Ahnung google sagt ich bin 35 google keine Ahnung das wurde das letzte mal vor einem menu warte mal ich kann noch mal aktualisieren ich weiß nicht wie sehr das hinterher hängt ich habe eine goldene waffe bekommen aus einem grab und das ist einfach eine schmarrn waffe ja schmarrn brauche ich nicht ich brauche eine upgrade bench meine pump ist fast völlig reparieren reicht der ist jointed wirklich keine sau wenn wir 5000 voll sind und ich meine pump kann endlich aufgewertet ja dann lass mal nordamerika server versuchen vielleicht kommt da jemand rein außer du hast da todes ping was eigentlich nicht sein kann ich bin voll jetzt brauche ich nur noch eine upgrade bench und die ist genau vor mir ja ich glaube nicht ein bogen der ist ja komplett voll noch das war's ja aber ein schmutzbogen ja man schaust du mein stream da siehst du doch das sieht nicht aus wie ein xenon bogen wenn du kurz meinen schaust oh man ist aber kein xenon bogen er ist ein windhelch ne warte mal doch oh ne ich hab nen zuschauer verloren der zeigt nicht er ist sogar mit stream gequittet ey bro er ist halt sogar mit stream gequittet ey es kann ja net wahr sein ey bro jetzt weiß ich es aber jetzt ja ja komm was hat den jungen jetzt gerade so sehr verletzt also wir können lieben das ist kein problem wenn du voll bist ach du eigentlich achso hier ist noch ein lama das bringt zwar nur 400 oder 100 also hier sind auch steine deswegen ist nordamerika meistens besser mit die uhrzeit ich hab mein erster 3 unterfangen komplett nur auf nordamerika doch durchgespielt 2 wie meinerst für drei sturmkönige hab ich auch einen auf nordamerika einfach ich hab også font Digga, Farm! Wirklich? Wusste ich nicht. Naja. Ich treff den Schmarrn nicht mal, wenn ich wollen würde. Nee. Machst du nicht. Pesser ist es. Nein. Nein. Wer ist denn? Du bist noch nicht voll. Vielleicht kommt da noch jemand? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Da die Hoffnung immer stirbt, habe ich auch gerade keine Freundin mehr. Oh mein Gott, whoen willst du meine Freundin werden? Ja, hier ist nichts. Perfekt. Mach Mausrad. Kriegst du es auch? Oh, schade. Stay with Party. Okay. Ah, lass mal lauter Nordamerika versuchen. Ah, ich bin Gruppmannführer. Ah, der. Ich bin Anfang von Level 36. Du bist auf Aussitzen irgendwie. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Ja, weil du. Vor mir. Ja. Ja. Ja, so. Da irgendwie. Nee. Dann wechsle ich mal ganz kurz. Digga. First Try. Wenn das jetzt wirklich First Try ist. Aber ich sehe auch nicht. Ja. 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 Ja, doch Spanier und so findest du. Die irgendein. Ich habe einen 100er Ping. Im neuen Normal habe ich hier keinen 100er Ping. Schmutz. Also wenn die jetzt zu viel Luftabwehr und Deckenreifen platzieren, dann crash ich. Ach, ich bin genau gerade bei dem Spot, wo unsere Atlanten waren. Nein, nicht mehr an der Hand. Ja, wow, verzögert. Was heißt das? Na, ich hatte in der letzten Runde auch eine. Aber ich glaube, du kannst dir ja mal vorstellen. Also ich glaube, du weißt, wie viel die letzte Runde was gebracht hat. Ich hatte in der letzten Runde eine Truhe, aber ich glaube, du weißt, wie viel die gebracht hat. Was? Denkst du, die sind schlau? Allzu gut? Ganz ruhig gehört nichts zu heißen. Ich könnte jetzt im Internet nach den Stats gucken und dann wüsste ich, ob die gut sind. Aber... Ja, das machen wir natürlich. Das hat deswegen bei mir jemand reingeschrieben auf meinem anderen Account, dass ich Noob bin. Bro, ich bin jetzt maxed. Ich habe nie das gute Fallen und so. Was für Noob. Ah, die bauen von alleine schon. Helme zwei Automaten. Okay, dann ist hier kein Xenon-Bogen. Safe nicht. Wenn die nur noch zwei Automaten sind, ist hier kein Xenon-Bogen. Ja, okay, man merkt, ein bisschen Verzögerung ist schon da. Ey, dann überlebe ich länger, weil ich den Schaden später bekomme. Let's go. Bro, was macht der? Ja, okay, 124er Wanddarts. Das sind die Blip-Wanddarts. Größter Schmutz. Aber einfach First-Way. Perfekt. Nordamerika, this is us. Aber ich habe keinen Bock auf den Pin die ganze Zeit zu spielen, also. Deswegen wechsle ich immer auf Nordamerika. Da ich hier gerade zu zweit bin, ist die Chance höher. Da müssen ich nur zwei Menschen finden. Dann macht alles besser. Ich hoffe mal, dass die Fallen platzieren. Mehr als zwei. Mehr als vier. Ja, vier. Ich hasse diesen Vogel, er hätte mir einen Xenon-Bogen geben müssen. Ey, die Vögel sind's. Die Vögel sind's. Die Vögel sind's. Die Vögel sind's. Einzig sinnvolle in Reti die Welt. Alles andere ist. Otz, alter. Welcher Mensch braucht Raptoren? Ich dachte damals, man könnte Raptoren reiten. Ich hatte Hoffnung. Wegen Jersey. Ich hatte damals Hoffnung wegen Jersey Gold 4, dass es eine Kooperation gibt und man die Raptoren nicht reiten kann. Jersey Gold 3. Hier ist ein Automat, let's go. Der ist unten. Perfekt. Deine Eranalzt. Du we минимум hast es noch. Deine Erachtung. Deine Erachtung. Die Erachtung. Die Erachtung. Die Erachtung. Deine Erachtung. na geht alles hier der eine macht deckenreifen ohne ohne bitte spamm nicht alles zu dann mache ich kann da nicht helfen das ist mir so egal wenn da dann alles zu spammt mit deckenreifen und so sieht es gerade aus dann kann ich nichts dann kann ich nicht also dann kann ich nichts machen ah dein namen ist auch noch gespeichert bei mir jetzt heißt deine stats kann ich auch noch anschauen fast level 20 fast eine millionen xp natürlich max immer noch ja an sich einen xp hast du gemacht der du hast noch epische menschen in deinen der du wärst so safe 129 wenn du da legendäre drin hättest let's go du hast eine millionen unterfang xp ich habe wie viele 1,029 du hast 1,02 ganz guter mehr also dein gold stand ist naja ja mal 10,7k naja ja aber 10.000 ist halt so ja wöchentlicher shop und wöchentlicher shop dann ist das weg bei einem season shop gebe ich 20.000 oder so aus doch 10 ich habe 10.000 doch ich weiß wie viel ich ausgebe ja ich kaufe alles außer als grün und so der typ also das bist du doch das relevante ist bei mir alles doch immer imagine man konnte damals nur 5000 stacken und jetzt kenne ich einen der über drei millionen gold hat ja aber er kann mehrere wochen nicht spielen und hat trotzdem noch genug gold er will dass ich baue oder was will der von mir was will er von mir was seine mission ich check nicht er wollte dass ich unten rein gehe was will er von mir ich check es nicht ich habe 118.000 gold später habe ich die 120.000 gold let's go ja 119.000 meine ich oh nö oh nö ich seh oh nö das wird lägen das wird lägen das wird lägen das kann ich jetzt schon sagen ja das wird lägen obwohl er deckenreifen werden es sind nur deckenreifen es sind nur deckenreifen schaden mache ich eigentlich auf dem der ich mache 14.000 der was der xenon bogen ist eine andere liga das ist ja schon klar oder ähm ey es ist aber einfach 3,8 millionen xp unterfangen ne ne Also hab ich einfach nur legendäre Überlebende auf meinem Main-Account. Deine Stats kann ich ausstellen, die sind nur nötig. Ah Leaderboards, da wollte ich hingehen, der Typ in dem Main-1000, wieviel, ah so 1.001 Achso, ich hab 800 auf dem Account, auf dem anderen hab ich nur noch mal mehr. Der Typ mit dem meisten Gold hat 82 Millionen. Warte, auf welchem Platz ist der Typ den ich kenne? Mit 3 Millionen müsste der ja relativ Top 100 sein. Jetzt muss ich gucken. Er ist nicht Top 100! Nein! Er ist nicht Top 100. Oh nö! Ich wollte mir seine Stats angucken. Er hat die meisten Anslot-Costs. Er hat 142.000, holy shit! Wie viele Vibugs hat der damals ausgegeben für irgendwas? Bro, was? Höh! 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 Holy shit! Ey, der eine Typ den ich kenne, der eine Typ den ich kenne ist einfach Platz 10 mit den meisten XP von Unterfang gerade. Holy shit! Einfach Platz 10. Einfach Platz 10 in meiner Freundesliste. Oh, schon ein kleiner Flex. Ich nicht. Wäre ich auf irgendeinem Platz? Wäre ich Top 100? Nö! Ich meine, ich hätte Top 100 hinbekommen. Ich hätte Top 100 hinbekommen. Eigentlich interessiert, wer das höchste Level beim Collect Buch hat, wenn man das heißt, Sammlungsbuch. Höh! Digga, 1038. Huch! Ich bin ja noch weit weg. Bei Frostner 2019, wer war da der Beste? Der 32 Minuten, holy shit! 32 Minuten ist mittlerweile normal. Ja, und wir haben ein Fettsackproblem dezent. Ey, Hauptsache, die sind 4 Millionen Fallen und trotzdem kommen ja welche rein. Ja, ich will halt auch niemanden zubauen, hab ich das Gefühl. Ja, voll. Vor allem andere schlaue Menschen würden in der falle platzieren, die das dem 1 net macht. Haben die anscheinend auch nicht. wir haben schon ganze vier daten überlebt vier daten sind immer schon was ich bin mir sicher ich glaube der eine ganze spawntrap ne da ist spawntrap ist immer noch na perfekt ich bin am boden, bin am boden zerstört wenn man es reißt jetzt nicht mehr, let's go der mein elm ist aber auch von keiner welt mehr oh mein gott eine truhe von mir, was bekomme ich, was bekomme ich, was bekomme ich ich könnte eigentlich kanalwetten machen aber leider habe ich keinen aktiven zuschauer gerade die wach sind sonst wird es kanalpunkte hakeln einfach immer alle auf nein setzen würden ja kanalpunkt, kanalwetten bei xenon bogens wäre so schön alter weil immer alle auf nein wetten würden und dann muss eigentlich nur einer auf ja wetten und kriegt alle kanalpunkte oh let's go stein, brauche ich zwar nicht akkommenden kommt nicht noch ein boss, doch, perfekt ja der kommt gleich, let's go bitte einer der durch fallen schaden nimmt dann würden wir den halt nicht mehr sehen richtig kommt auf jeden Fall wo gegen immer cleart hier beide basen, ne doch nicht ah der boss ist gespawnt und er nehmen, durch was schaden? durch fallen schon mal nicht, kann ich jetzt sagen ja, keine ahnung bei den fallen hinten ja, durch was nimmt der schaden der, ich seh den gar nicht wo ist denn der? der nimmt ja gar keinen schaden ja bro, ich seh den halt nicht mal ah, ich glaub wir haben es geschafft weil wir die mission später gestartet haben ich hab einfach bei beiden accounts fast hunderttausend kanalpunkte let's go hast ja nix vor, oder? hast ja nix vor mit den kanalpunkten, oder? also irgendwie hab ich das Gefühl, also manche gehen auf VIP sogar Menschen die VIP haben, gehen auf VIP, macht ja gar keinen Sinn ja, nur ja, aber ja, aber wenn man irgendwie, keine ahnung, eine bestimmte Zeit nicht mehr anwesend sein, verliert man seine VIP einfach, weil ich hab nur 10 Plätze, hallo wie seh ich denn aus? ja, ich brauch 10 Zuschauer, die im Chat teilnehmen, dass ich mehr bekomme wir wissen, dass das nie passieren wird, dass 10 verschiedene Menschen reinschreiben werden obwohl es haben schon 3 Menschen, äh, 2 Menschen reingeschrieben plus den Bot, das sind 3 4, ah fuck, ich komm nur maximal nur auf 6 Menschen Lootstation Lootstation ist online, interessiert mich nicht obwohl ja jeder jetzt sich ein Bot-Account erstellt und rein ne Spaß Warte mal, ist für ne Mission nicht die nächste eigentlich Sturmkategorie 4 in 124er ach, naja, das ist eine schöne Sache Aja Aja Revy next Nonnen angenehm Gibt's eigentlich, ne das ist nur an der Tuch aaaaah, das hat Wasser, oh mein Gott bitte, 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 pute, pute das ist, let's go, da gibt's Wasser-Zombies, let's go, bitte gönnen, wir brauchen 100 beide, das ist uns ganz 200. Ja, das sind ja mir die beide selbe Mission. Der Typ hat einfach gelieft, der hat einfach gelieft. Diese Laser-Typen. Ey, der Typ hat einfach gelieft. Ja, das ist die Mission, hä? Nein, hä, bist du nicht bei der... Hä? Kann nicht sein, das ist eine Mission, ihr Meere, Feuer, Wasser, Natur. Digga, was? Wann? Äh, Schmutz. Bist du reingegangen? Wir sind nicht zu zweit. Der Typ, der drin war, ist gelieft. Naja, hoffentlich. Ich brauche Wasser-Zombies 100 Stück und Feuer-Zombies 100 Stück. Guck. Ey, wo ist'n die? Ah, da. Perfekt. Verzögerung, gar nicht vorhanden. Es ist denn alles Wasser? Oh mein Gott, bitte, wir müssen die Mission, wenn wir sie alleine durchcarry, wir müssen sie schaffen. Boah, Alter, der Ping scheppert ja... Hä, ne, ich hab' nur 90er Ping geht eigentlich. Ich hab' 16 erst getötet. 19. Ich hab' das Gefühl, meine Base trifft niemanden, er meint, meine Base vor allem. Die Dinger. Hä? Ja, verwandet. Also, wenn das nicht so eklopft wie... Ja. Nuh. Na, der ganze Lager ist Schmutz. Ich brauch' alles, was Wasser-Zombies hat, brauch' ich. Ja. Ja, Mann, es gibt halt Spots, wo man nur von einer Seite bauen muss das runterfallen und haben irgendwie nie das Glück, Achter Helge. Ist der Typ, der glaub' ich vor allem gelieft ist. Ne, ist es doch nicht. Ja, wenn der von uns jetzt Hochleistung erwartet, Browsen von Europa. Hochleistung kann der Typ sich dann sonst für entschieden. Und wieder kein Xenon-Bogen bekommen. Let's go. Ah, die sind Automaten. Die muss ich auch noch looten. Wer brauchst du denn Schmarrn eigentlich? Ah, du machst wieder das Zeug und kriegst dann nochmal einen Hundertsten Xenon-Bogen, hab' ich gehört. Ach. Ey, ich glaub' mittlerweile will ich einfach zehn Zuschauer zusammen bekommen, aber ist halt nie jemand da, weil ich hab' in der Nacht Filme. Ja. Schon Schmutz, geil. Aber bin doch sehr... Nö. Auch wenn ich dann irgendwie noch bis vier Uhr wach bin. Nö. Ja, du fängst am Tag früher an als ich zu spielen. Das heißt, du wirst später höher sein als ich. Oh, hier kommt ein Fettsack. Ja. Das heißt, du wirst später höher sein, aber ich... Warum... Also, weinen macht keinen Sinn. Ich hab' meinen Main-Account, der ist dezent höher. Ja, ich bin gleich dauernd... Ja, nicht ein Automat. Was? Mal gehen, aber geht's so früh schlafen. 14 Uhr ist doch relativ früh. Der hat keinen Automaten in der Runde. Willst du mich verarschen? Ich hab' keinen Automaten gefunden, einfach. Oh, ich glaub' da wartet jemand, bis irgendjemand baut. Boah, ja. Ah, perfekt. Ah, es wird gar nicht so gut sehr gelaggt. Ich denke, wenn man ein Mail einfach komplett offline geht mit dem Leben. Einfach alle offline aus meiner Freundesliste, außer einer aus England. Egal, jetzt hab' ich wirklich gar keinen Zuschauer mehr. Hältst du mich verarschen? Twitch. Aber Twitch sagt, ich hab' null. Ich weiß, man soll nicht gucken, wie viele Zuschauer man hat. Ja, 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 irgendwie schon. Ja, das heißt, ich darf niemanden töten. Perfekt. Ich hab' ne Mission, wo ich töten muss. Perfekt. Ja, ich hab' ne Mission, wo ich töten muss. Und der baut auf K. Das heißt, man darf niemanden töten. Perfekt. Ja, ich muss 43 töten. Das ist mir so egal, was der macht. Ich bin kurz auf K. Ich bin kurz auf K. Das ist mir sehr. Ich bin kurz auf K., wo ich bin. Ich bin kurz auf K. Vielen Dank. Vielen Dank. Digger, ich war nur kurz weg. Was ist denn passiert? Ich werfe tot. Ich war kurz weg. Weiß ich mir nur tot? Ganz klar. Ich werfe respawned. Ich. Ich vervoll war, was zu machen. Jetzt hast du meine Tastatur schon manchmal. Alter, die Drohnen müssen sich ungrüßt nicht hin. Verzeih ich nicht, diese Saison. Perfekt. Er ist einfach besser an Unterfangen als ich. Auch geil, sage ich mir Wasser-Zombies. Bitte, niemand darf hier rein. Niemand darf mitmachen. Mit töten. Er ist sehr viel einer von den beiden, weil er es nett meint mitkommen. Und anfangen zu hinten. Hey. Alter, den Schuss habe ich gehört. Ey, nein, 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 nein. Der soll weitestern schneller bauen wegbleiben. Ey, nein, 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 nein. Nein, 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 nein jetzt kommt der andere auch noch das lager wird sie halt auch nicht die gottlos weit wissen wir weg sein hallo resettet sich einfach nicht habe ich es doch ist mein intern da weg der des lagers der slag das lager ist einfach stag die hinter dir die vier sind von dem lager glaube ich der der eine ist auch nicht weit weg will dass ich mir zum reset er ist mir sogar kommt gern starten wenn der wasser zu ein bisschen da muss ich dahin bin ich dann nicht ah das lager resettet sicherlich nicht es hat sich einfach alles klar fertig das lager meine base platzieren sind wasser zum bis da könnt ihr machen könnte sagen was ihr wollte es ist mir so egal alles ist mir egal selbst wenn es aufgabe ist hier sind keine wasser zum doch naja die seite lohnt sich mehr von hier kommt mehr wasser da war's da war's da war's da war's da war's na perfekt nur boden ich habe auch so eine legendäre reaktionszeit von den zehn minuten haben wir auch kein zehn umbogen alle zwei ich bin fertig ich brauche nur feuer zum bis let's go märchen wenn ich morgen aufstehe bist du einfach höher als ich lassen ja dann er glaubt warte mal wenn du sagst 16 uhr bis dann bis 16 uhr wirklich arbeiten oder 16 uhr bis zu hause bist ja dann da krieg ich da mal zehn umbogen dann nicht ich würde es so gerne tagsüber die ganze durchstream ausgeht einfach nicht so das problem wenn sie im fernsehen im hintergrund läuft und mal so labernde eltern sind dies das noch noch ja so halb das ist nicht so an dem früher war es mir scheißegal auf großen auch irgendwie kein zuschauer dazu gekommen ja ich weiß ja das ist mich stört es halt weil ich gehe so eine halb auf high quality dann will ich den scheiß denn also ich habe schon so ein qualitätsstandard mittlerweile das ist nicht mehr normal ja früher habe ich in 720p gestreamt und mir war alles scheißegal früher hatte ich screenshots als videos mit einer räudigen auflösung jetzt mittlerweile full hd ne 4k sogar 4k videos 4k mein xbox kann nicht mal 4k aufnehmen ja deswegen ist der xenonbogen der beste also nicht der beste es gibt bessere die mehr schaden machen aber ja aber ich mag zehn umbogen mehr umbogen ist so auch aber zehn umbogen zehn umbogen ist liebe ich bin mir so sicher wenn ich tagsüber streamen würde ich locker zehn zuschauer zusammen bekommen sie werden wahrscheinlich alle die werden zwar alle aufgabe ich für zehn zuschauer zusammen bekommen wenn ich eben sagen würde jo lurk mal weil ich kenne ja so viele menschen die lurken würden die lurken würden ja wird sie aber irgendwann dieses Jahr noch ändern glaube ich let's go aber hoffentlich aber wahrscheinlich dann schlechteren internetqualität gar kein bock das sind zwei strahler direkt vor mir im westen im westen im westen im westen im Norden ist auch noch einer in dem ja perfekt , meine Drohne ist so hoch dass sie nicht mal anhört doch da haben die Reichweite all das nochmal zwei im Westen Alter, am besten sind wir jetzt viele. Okay, früher waren meine Streams einfach so, ja, ich hab gestreamt damit, einfach meine Freundin einfach ein Bild hatte, von dem was ich gespielt habe. Perfekt. Fahre ich auf ganz Reutig, glaube ich, noch einen Twitcher-Kanal, der noch älter ist, glaube ich. Ich sehe niemanden. Ja, hoffentlich kriege ich noch einen mit Feuer. Element. Da sind sie. Weg hab ich schon mal getroffen. Da ist ja nichts gehealt. Ich bin der Passive, der von oben alles beobachtet, das kann niemand sagen, dass ich nichts mache. Da ist ein Strahler. Ja, direkt hinter dir ist ein Strahler. Direkt hinter dir. Es juckt dich nicht. Ey, das sind zwei. Zwei. Ja, da vorne. Let's go. Let's go. Wadro AFK, die Mission. Wadro AFK, die Mission. Wadro AFK, die Mission. Die Mission. Ja, vom hat der Typ so chinesische Zeichen als Emotes reingepostet. Globales Twitch-Emote. Alles klar. ich muss noch mehr ziele für knallpunkte rein machen ich habe keine ahnung was einfach für eine millionen autogrammkarte die ich nie versenden werde ja dann habe ich extra eingesetzt weil die kann ich jetzt noch nicht mache ich mache ich mache das auf 100 100.000 kanalpunkte 100.000 kanalpunkte braucht man auch schon so eine zeit aber ich habe zwei accounts die fast 100.000 haben also der eine ist wirklich cool 200.000 andere fehlen auch 30.000 nämlich mal 24.000 macht es nicht besser ich könnte eigentlich einen anderen skin spielen ich bin ja auf meinem main account da habe ich muss erst mal gucken welchen skin ich spiele ich habe es durch mr beast war mir zu teuer den spiele ich nicht ich mache es sogar als angst funktioniert nee ich mache zufällig zufällig ist der größte rotz alter auf dem zweiten bei dem zweiten direkt ja na ich kann mit galaxy scan mal wieder spielen ich spiele galaxy scan wenn es ja fake ist jetzt da feuer gibt es irgendwo hier feuer eigentlich egal nur wasser und nee es gibt keine feuer ich warte ich warte nicht rein ich schau nicht direkt rein wenn es evakuieren ist also wie sehe ich aus also wer da jetzt direkt rein join also wenn es also irgendeiner muss ja herr Ah, perfekt. Ach, perfektes YouTube-Video, wird ja gar keine Aufrufe mal entsetzt, no, you must start Perfekt. Kann mal jemand sagen, ob geklärt ist? Ne, das ist kein Mensch. Ah, das war auch keine Aufrufe. Ah, das ist klar. Perfekt. Der eine Tür ist einfach Splitzlevel 139. Ja, huch. Hat aber nichts zu weisen. Hätte man da für eine Mission voraus. Das ist einfach eine Mission weiter vorne als ich. So, jetzt brauche ich den Xenon-Bogen. Kanalwetten sind offen. Hm. Kanalwetten sind offen, ne Spaß. Mach doch keinen Kanalwetten. Wie sehe ich denn aus? Sie heißt wie ein Wettbetrieb oder wenn man das heißt. Alter, irgendwann wird es zum Ziel geben, so 3 Millionen Kanalpunkte und nicht mal facecammern. Wohl, ne, wenn die eine wieder irgendwann zuschaut, dann mach ich es einfach auf 5, 5, 6.000 Euro und dann wird er mir die 6.000 Euro spenden. Weil das... Ja, die wird halt nie wieder ins Stream kommen. Ja. Boah, der hat keinen Bock. Ey, sollen wir hier die Stormchest machen? Also ich muss jetzt mit den anderen klären, weil sonst bin ich tot. Ja. Ich glaube, es gibt die Chance SC reinzuschreiben, komme ich nicht. Ah, perfekt. Komm, die ist nicht mal... die ist nicht mal begonnen. Ich bin einfach jetzt schon tot. Ah, jetzt gehösen zu dritt. Wie viele sind hier? Wir sind hier zu dritt. Also der andere random kommt noch. So. Ja, wie viele Drohnen sind hier? Sechs Stück oder so? Hä? So. Die Stormchest hat geschmeckt. Ähm. Ah. Ich sehe noch einen Bogen. Bitte, bitte, bitte. Ne, ich habe aber irgendeinen Bogen bekommen. Der, ich habe einen Bogen bekommen, der 106 ist. Ja, der, das man... Ja, der. Oh, der Bus, der gibt Schrauben. Ey, wenn es dann eine Mission mit Feuer gibt, ich gehe direkt rein. Direkt, direkt. Da kannst du... Ja, ich muss eh noch 17 Minuten an der Senden unter 2 Stunden. Das fühle mich nicht. Wie sehe ich denn aus? Sehe ich ja? Kann auch sein, kann auch nicht sein. Da kommt ein Streamer, den ich zu... Was? Was? Was mittlerweile? Ja, voll drei. Ja, da musste ich dich auf meinem Main-Account carryen. Und habe den hier vernachlässigt. Ja, voll drei. Oh. Der, der Typ hat auch einen Xenon-Bogen. Ach, der, der, ja, nee. Der ist halt wirklich so. Ich glaube, ich habe nicht immer von einem anderen Account einen Xenon-Bogen. Oder ich nutze ihn halt nie. Boah, ich habe die Idee, wenn ich irgendwann ein großer Streamer will, mache ich eine Kooperation mit Jägermeister und verkauf Jägermeister als Autokammkarten. Verkaufen wollen. Also würde mir jetzt jemand die Frage stellen, wie viele Kräuter da drin sind? Ah, okay, ich könnte es nicht sagen, doch ich glaube, es sind 56. Ja, halbwegs. Ey, ich kann halt wirklich nicht mal sagen, wie viel Ding es das hat, weil ich gerade kein Licht habe hier. Hat er, ist ein 6, ist ein 56. Ich weiß es doch auswendig. Perfekt. Das hat was zu heißen. Ich weiß, nach was, nach was für Sachen man seine Freundin aussuchen muss. Wer weiß, wie viel Kräuter, Jägermeister. Boah, das ist, ich mache nicht, ich werde Straßenumfragen, die Frage Menschen gehen nach Frankfurt und frage, wie viel Kräuter ihr habt, Jägermeister. So weird wird sie keinen Mensch anschauen. Ich habe drei. Ich habe drei, ist mir so egal, du kannst sie vorher fertig machen, ist mir egal. Du kannst sie fertig machen und dann können wir für mich suchen, zu zweit. Ja, ich habe auch nichts zu tun, aber sehe ich, ob ich jetzt nach Kisten suchen, also mach du lieber voll. Du brauchst das mehr als ich. Ob ich die eine Mission und diese ganze danach habe oder nicht, ist egal. Also es gibt einen Überlebenden-Verbesserer, dann brauche ich sie. Ja, irgendwann danach weiß ich nicht, ob es denn der ist. Ich glaube, da kriegt man einen rein, bin mir nicht sicher. Ich habe in Höhlen schon drei Stück gefunden, in einer. Ja, ne, eigentlich müssen wir nur, eigentlich müssen wir Missionen so gut zu zweit machen, können dann Drohnenradar bauen. Das ist es eigentlich. Ja, eigentlich. Also zumindest. Aber jetzt halt nicht mehr, aber eigentlich müssten wir Drohnenradar bauen und dann würden wir die angezeigt bekommen. Der Twitch will mir wirklich verkaufen, ich habe null Zuschauer. Also, okay, also, Bro. Ich sehe jetzt zwei Menschen. Das sind schon mal zwei. Plus ich, plus ich, sind drei. Das sind vier. Ich habe keine Matte. Also, wer ist denn alles live? Niemand. Perfekt. Nee. Also, kein Sohn. Der, wo ich die damals zum ersten Mal gefunden habe, ich habe mich so derbe erschrocken. Das war sogar on stream, aber leider hat kein Mensch davon einen Clip gemacht. Gibt es überhaupt Clips bei mir auf Twitch? Ich glaube nicht. Ja, Bro, du hast vorhin die Clips aufnehmen müssen wahrscheinlich. Ich nicht. Bro, da ist einfach die Hälfte kaputt. Das Ding ist komplett offen. Warum? Warum? Weil die Spawns direkt in dem Ding drin sind, in dem Shelter. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Spawns sind im Shelter. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Wie dumm. Hä? Bro, Epic Games. Hallo? Oder bin ich dumm und die laden bei mir nicht in die Gebäude? Machst du gerade die Drohne? Ah ne, wir haben eine Drohne. Ne, hä? Digga. Ah, hä? Ich checke hier gerade gar nichts. Ah, jetzt müssen wir den Shelter und Dingsen und hier ist offen. Perfekt. Ja, die Drohne hat den Shelter geöffnet, by the way. Der ist komplett offen. Das war es ja wieder komplett. Ich weiß nicht, wo ich meine Drohne platzieren soll, ohne Witz. Ich weiß es nicht. Ich hab zwei, aber meint. Ich wollte eigentlich Videos gucken, ob ich irgendwelche Clips. Clips. Ach, Bro, nicht die letzten sieben Tage. Alle. Alles klar. Ich hab der, ich hab Clips aus letztem Jahr. Holy shit. Der, ich glaub, die will man sich eh nicht anschauen. Oh mein Gott, da gibt's nen... Oh ne, ey. Es gibt nen Clip, wo ich mit Bixby rede. Och ne, Bro. Ich... Ne, komm. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehe. Ich hab's nicht stehen soll. Ich fühl mich grad so unnützt in dieser Mission. Ja, ist schon klar. Was gibt's nach vorne für Waffen? Ah, das sind die Schmutzwaffen. Aber ich lass mich immer durchcarryen, deswegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen hab ich auch 5 MSK Waffen, ich hab hier. Weil ich mich halt durchcarryen lass. Ey, diese Bratenmusik macht dieses Unterfangen nicht besser. Und wieder kein Xenonbogen bekommen. Let's go. Ich glaub, das Spiel mag mich nicht. Ne, von meinem anderen Account hab ich, glaub ich, einen. Das muss ich gleich mal gucken. Ja, doch. Ab dem anderen geh ich auf Level 100, werd ich Save nicht schaffen. Dieses Unterfangen. Weil ich muss ja auch noch Überlebende retten. Ja, also. Also, weil, also. Ey, ich hätt gern mal das Überlebenden bannen. Und mir fehlen halt noch 5200 Überlebende. Weil ich alle Banner haben will. Das heißt, ich mach erst das, dann mach ich, damit mach ich dann das Zone der Kundenbanner. Und dann mach ich, äh, Baubanner. Und dann mach ich das mit anderen Zusammenspielen. Und das ist so ekelhaft, diese Banner. Aber da hab ich relativ die Welt von Erfolgen her durchgespielt. Hast du schon mal das Überlebende Banner gesehen? Das ist so ein Herz. Ich find's cool, keine Ahnung. Ist halt schon ein mieser Flex eigentlich, wenn man das so überlegt. Ja, deswegen hast du eben so ein komisches Banner, was ich nicht zuwarten kann, aus welcher Season es ist. Ja, wahrscheinlich hast du Battle-Bus-Banner oder so und weißt es nicht mal. Obwohl Battle-Bus-Banner eigentlich schon so ein krasser Flex ist, weil es einfach alt ist. Obwohl, seit wann spielst du? Dann hast du euch Battle-Bus-Banner. Dann weiß ich nicht, ob es Battle-Bus-Banner ist. Ich glaub, das ist der hier. Kann doch. Bei Bannern. Rastronomie-Banner gewechselt. Der, das, das, also vorher Stahls. Wir starten vorher keine neue Mission. Also Bro, also. Also, also. Mich juckt es. Ich hatte lange Zeit auf einem anderen Account Level 300 Banner drunter. Da hab ich eben ein Twin Peaks gewechselt. Und hier hab ich jetzt auch Twin Peaks Banner. Twin Peaks muss sein. Wer Twin Peaks nicht hat, weiß ich nicht. Haben sie Twin Peaks Banner? Wahrscheinlich auch nicht. Mal so. Also. Also hast du keinen Twin Peaks Banner. Okay. Das ist voll einfach zu bekommen. Also ist es ein. Der Banner ist ein Flex. Okay. Einfach ist es nicht. Aber es gibt einen Typen, da kann man eine Freundschaftsanfrage senden. Und wenn du Glück hast, dann bring dich in eine Twin Peaks Ausdauer rein, die auf die AFK läuft. Und ich hab beide Accounts für die Typen in der Freundesens ist doch wohl der drei hat. Ich musste mal fragen, den Blank hatten und Brutal. Der Typ macht immer dann Ausdauer. Der Typ macht immer diese Schmarrn ausdauern, wenn ich streame. Du hast einfach noch nie dein Banner gewechselt. Das ist doch gar nicht. Ja. Wenn es funktionieren würde, hätte ich es gerne. Da fehlt einfach auch zwei Banner. Also ich hab so ein PX Banner, was das letzte ist, das immer bekommen kann. Gell? Ja, du guckst, was die Missionen da sind und änderst erstmal dein Banner. Wenn du Battle Plus Banner hast. Der. Digga. Wie? Das Banner. Okay, gut. Das wahrscheinlich nicht immer Banner. Was? Digga, du lebst auch in der Moment und hast ihn in die Fortnite gespielt oder was? Du hast mir vor drei Tagen gefolgt, weil das wirklich vergeht die Zeit. Tag 410. Let's go. Was ist im Lama Shop? Schmutz Lama. Ähm, warte. Ja. Dings. Du gehst halt. Ja, bei Spinden ganz unten da. Ja, ganz unten links. Dings. Banner. Musst mal bei. Musst mal bei Battle Royale gucken, ob du da irgendeinen Battle Bus hast. Ja, du hast Gründer Banner. Ja, hol ich jetzt. Hast du einen Battle Bus Banner? Das ist irgendwo bei Battle Royale, glaub ich. Cool. Ja, verstehe. Ja. Er ist da ein Battle Bus, der Musik drüber hat. Irgendwo. Er muss durchscrollen. Ich glaub fünf Jahre lang. Das kannst du hier nicht zeigen. Ich hab's nicht. Warte, wenn du gründen darfst. Ja, das ist so eigentlich auch. Ja, das kommt im Scheißhaufen oder so. Ändern mal den Banner. Ich glaub das ist scheißhaufen. Das ist so witzig. Na, da musst du scheißhaufen dabei sein. Das ist richtig. So, was gibt's im Battle Royale Shop? Auch wenn der mich nicht interessiert, weil ich eh nix. im Battle Royale musst du die auch nochmal dann ändern. Oh mein Gott, der Fußfetisch Skin ist wieder drin. Oh ne. Äh, hast du nicht Random Loading Screen drin? Ja, ich hab immer Random Void, Bro. Ja, ganz oben ist einfach das random Symbol. Ganz oben. Hm. Ist hier eine Feuermission? Oh mein Gott. Der, die mach ich so. Digga, in Battle Royale oder was? Was soll ich grad schon sagen? Ich würd grad schon sagen Battle Royale. Aber er ist wieder mal am miesen Sprung gemacht. Ein halb der, du bist ja viel weiter als ich. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kommt das so. Wie kann das sein? Ja, da muss ich was ändern. Es werden keine Matches gefunden. Es werden keine Matches gefunden. Ich krieg' nur, ich krieg' die Krise. Ich krieg' die Krise. Das kann ja nicht wahr sein. Ich schließe dann für vorne. Ich kriege die Krise, ich brauche diese Mission, kann diese Mission gönnen. Mehr Fischbar ist dabei, ich weiß nicht, ob ich rein joinen kann, hm. Ich join einfach rein, ist mir so egal. Wenn wir jetzt wegen mir verkacken, weiß ich auch nicht. Ja, 100 Feuerzeug, Misthöhe, gar keinen Bock. Ja, was ist das für ein Loading-Screen? Jetzt sieht er wieder aus. Oh, let's go, wir sind alle drei, wir sind alle gleichzeitig reingejoint. Das kann ja nicht wahr sein. Ah, die sind wir nicht. Na doch, sind wir. Aber ich glaube, das kriegen die alleine. Ja. Automaten und Feuerzeugung, da war eine Automatin, habe ich nicht mitgenommen. Perfekt. Ja. Ja, das war ein 이쪽. Wir sehen uns. Okay. Ja. Und wer ist das? Aha. Okay. Ja. 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 Das Ding hat eine Höhle, glaube ich. Da ist eine Truhe. Der die nehme ich auf jeden Fall mit. Der hätte wenigstens Xenon Bogen geben können. Das Ding hat eine Höhle. Ich bin zu tot. Alles geil, du darfst einfach nicht rein. 23 von 100, naja. Oh ne, die klären die Lager, kritisch. Das Ding hat eine Höhle. 37 das war jetzt nicht so viel 45 let's go geht ja mal besser na perfekt ist noch eine reihe 54 naja der stirn 66 na 67 ist nicht für die Welt 68 ist auch nicht gerade die Welt ich kriege ja vorher nie die Waffe die ich brauche das kann nicht wahr sein der von der 2 getötet das ist auch nicht so viel 91, ja jetzt aber, ich glaube jetzt egal, da ist eine Höhle, jetzt kommt. Oh, die nehme ich gerne mit, was ist alles falsch bei diesem Pich, da ist keine Truhe, wo ich gehe. Jetzt sind wir keine Feuer, alles klar. Doch, da war ein Feuer. Ah, da vorne ist ein Sniper, oh mein Gott, die brauche ich, die muss ich, da muss ich hin. Mehr fehlen auf 4, kann nicht wahr sein. Hier der Sniper kann potenziell in den Zehnenbögen sein. Ja. 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 Ja, das Ding ist ja mies zugebaut, ich glaube wenn ich da hingehe, Lergi, sieht aus als wäre das sehr viel, dies, das, aber was. Lergi, Lergi. Äh, nö. Na, let's go. So. Ich will doch mal eine Baseball ziehen oder so. Boah, der legt das hier. Allererseits. Ja. 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 Ah, das ist fast tot, perfekt. Kann ich auch reparieren, let's go. Ich habe eine Twitter-Nachricht bekommen, was zum... Wie wichtig ist die bitte, Bro? Digger. 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 Ich muss aber nichts machen. Das ist einfach mein Team-Mate. Ich wollte noch vorausschießen, perfekt. Das ist einfach gut. Das Video macht gar keinen Sinn. Ich bin fast stuck. Ah, warte, fuck, hab ich heute nicht einen Termin? Oh, lol. Let's go. Wieso steht das noch vor? Das ist ein paar, zwei Stunden. Ein, drei, sechs, elf. Mach der Max. Ja, da wird das Spawner mit anderen zusammenspielen. Perfekt. Ist mein Game gecrashed? Ah, jetzt. Was ist das gerade? Ach komm, eine Mission geht noch. Ne? Ne? Da nämlich. Geht's auf Europa. Na ja, fast. Na ja, fast. Oh, ya. Oh. 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 Der ist ein Automaten durch 1 zu 1, letztes Runde auch schon, vorletzte. Ich würde damit auch den Automaten lassen, oben aber ein Schmerzbogen. Einfach stock, perfekt. Ne, jetzt nicht rein. Baut einer von denen, wenn nicht, dann sind die nicht gut, nehme ich mal an. Jetzt baut er eine, jetzt müssen wir nix mehr bauen. Hoffentlich denkt der nicht so. Baut er auch. Kein Plan, aber mache ich trotzdem. So, dass die wieder schön steinfarben können. Kein Plan. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, bauen die irgendwas? Nö. Nicht unbedingt. Die aggraden nicht mal full up. Wollte ich auch mal abschieben. Das sind halt auch probierte Menschen. Ich habe mich mal abschieben. Vielen Dank. Hm, okay. Ich warte einfach nicht, dass die braun. Die werden schon wissen, was die machen, hoffentlich. Jetzt hier irgendwo... Ach komm, da hat ein Xenon-Bogen. Jetzt komm. Das ist ein Flieger. Ich hasse ihn. Alles klar. Alles klar. All right, let's go. Ich habe eine Diagnose, bitte. Alles klar. Das ist ein Flieger. Hmm. Let's go. Ah, doch Fallen sind da. In der 100 plus Zone für 77er. Das wird nichts, I think. Ist das Server Board laut? Nee, eigentlich nicht. Wenn da keine Geräusche da sind, perfekt. Let's go over die Sass, das sehe ich von hier. Nee, ist die nicht, perfekt. Ist der da ernst? Nichts. Ja. 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 Deckenfallen würden, das machen wir so vielleicht. Na gut, warum sollte hier auch irgendwas sein? Das war's für mich. Jetzt wird das letzte Modul, das ist perfekt, da kommen die nur vom Westen, die Hüllen, perfekt, also nicht perfekt, aber perfekt. Be safe kommt die nur da durch, das glaube ich nicht. Der wird jetzt so safe kaputt gehen. Und jetzt wird das letzte Modul. Und jetzt wird das letzte Modul. Ach, die kommen jetzt gar nicht mehr von hier. Jetzt sind die ganz andere Spawns. Let's go. So soll ich spawnen hier vorne. Oder da. Ja perfekt, die kommen von da und die Hauptsache wir bauen da hinten fallen. Perfekt. Was für vier empfohlen. Ab zwei Minuten kommen richtig viele. Hier. Unterbreiner. Hä? Jetzt werden die eingebaut. Alles klar. Check ich nicht. Das Ding macht ihm ja gar keinen Schaden. Ich glaube der nimmt durch Fallen Schaden. Ist wahrscheinlich. Er nimmt ja überhaupt durch irgendwas Schaden. Er nimmt ja überhaupt durch irgendwas Schaden. Das Gefühl. Der nimmt ja gar nichts Schaden. Ich habe das Gefühl. Der Hund ist einfach Stock. Der Hund ist einfach Stock. Ich werde nicht schlau daraus durch was der Schaden nimmt. Ach das Deck. Jetzt kommt zusammen. Okay. Auf einer Seite. Das geschlebt. Okay. fort. Das ist alles. Das ist alles. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die Misener. Das ist natürlich nicht in der Luft. Der nennt ja so gut wie gar kein Schaden. Let's go. Okay der hat sehr lange rettet die Welt, der andere kann planen. Ich habe gar keine GGG drin. Ah lol, da von meinen Backblings. Ich hab's... Ja, okay, ist eins nicht. 16.000. Verlaufland, perfekt. Ach komm. Come on. Dann geht in die Mission. Das ist ja eine, die relativ schnell geht. Hm. Die geht gut, die geht 10 Minuten. Scheiß drauf. Mach ich die halt noch schnell. Ja. 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 Habe ich eigentlich gar keine Zeit, die zu machen. Die geht ja 10 Minuten. Also wenn die 20 Minuten geht, dann bin ich... Ne, die geht 20 Minuten. 20 ist... Bro. Oh ne, ich glaube die geht 20 Minuten. Und sie geht... 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange geht. 20 Minuten ist einfach schon derbelang. Und die Zeit habe ich eigentlich nicht. Also eigentlich schon, aber... Ja. Ja. Das sind ein bisschen zu viele. Oh, sind wir doch noch... 95 Jahre her. Ja, das ist ja... Das sind ja auch die Zeitangabe, wie lange die Mission geht. So, unter gewissen Umständen. Ja, ich glaube die Zeitangabe, wie lange die Mission geht. Und jetzt mit Ruhe war es hier nicht mehr. Na, da geht 10 Minuten. Ja, ok. Ja, ok. Let's go, Golfschläger. Wieder mal kein Xenon-Bogen. Let's go. Oh, ich hab fast 100 getötet. Könnte auch mal echt töten. Also fast 100 ist übertrieben, aber trotzdem. Komm, mitnehmen. Komm, mitnehmen. Komm, mitnehmen. Ich kann halt nichts machen. Ich war einfach stuck. Ah, hier war ich schon. Ja, 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 korrekt für dir, Bro. Ja, korrekt für dir, Bro. Danke. Zwei Drohnen, so eine. So eine Truhe wäre jetzt schöner als zwei. Was ist das? Glaub nicht. Axt. Wow. Dann können wir wieder verwerten. Nein. Ich... Warum sollte hier auch eine Truhe sein? Genau hier, warum sollten hier auch welche sein? Nein, den brauche ich. Okay, ich merke mir, wo er ist. Obenlängst, 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 obenlängst. Und, obenlängst. Ist hier Nummer 8 drin. Ach das hier auch, lol. Ne, hier ist auch keiner. Ist echt bodenlos, wenn wir reinkommen werden. Ich glaube das zählt nicht. Leider. Das zeige ich gern. Ja ne. Ne. Ne, hier war auch komplett random. Ich bin tot. Let's go. Jetzt müssen wir wirklich auf reingehen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wow. Ne, Level Up ist trotzdem. Ne, 4000 ist doch ein Level Up. Na ist doch ein Level Up. Ja, okay gut. Ne, aber jetzt hoffe ich nicht mehr. Dann ist das Stream jetzt zu Ende. Oder YouTube Video oder genau noch was. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.